ja alles gut wenn wir irgendwann mal mehr subs wieder dann schalten wir auch tier 1 emotes feiern dann hauen wir den shit in tier 1 emotes ja wir wollten den ja dann reinhauen die emotes aber konnten wir nicht wir können maximal vier oder fünf stücke in tier 1 reinhauen wir haben keine slots mehr genau ich weiß nicht mal wie haben wir die durchs ab also wenn du eine bestimmte zahl kriegst dann schreibst du die frei ja ist doch okay so viel mma habe ich noch mal ich hab's vergessen ich hatte vorhin irgendwie was mit 75 im kopf aber leon hat so richtig unterschwelligen hass gerade am start er wurde schon lange nicht mehr gefrontet nur front aber der denkt gerade die ganze zeit die laden mich nicht in ihr disco teilen die gar nichts ist ja noch langsamer als zeus aber was da los das geht gar nicht also falls ihr es nicht wisst habs kriegen direkt bei uns im disco den direkten rolle digger die haben direkt mehr rechte als der rest genau sei laut hashtag sei laut wir wollen keine werbung oder so machen aber ihr kriegt mehr rechte dankeschön die kann kutulu geben wir aus der sieg ich sehe nicht Das hat die Piss-O-F-Head. Where is this guy? Ah. Digga die kommen alle mit 2 HP davon, na jetzt bin ich auch noch zu früh gepackt, scheiß drauf macht ihr die Runde FG direkt bei 10 Minuten, laut unserem Gameplan den wir vorher durchgezogen besprochen haben, die Greed, machen wir es nicht, ich weiß nicht von wo jetzt dieser Hate wieder kommt, ganz ehrlich Leon, keiner wird hier so gut behandelt wie du, weil wir rollen immer roten Teppich aus den Leon kommt, schön ist hier, der Hund hat sich schon verändert, muss ich sagen, seit Leon keine Ehre mehr hat, ist er richtig ehrenlos gewonnen Der hat Purple geklaut, what the fuck Oh Gott, kannst du raus, kannst du raus, ich bin auf dem Weg Nein, schade, aber ich habe Captain gekillt, immerhin Ja, Cthulhu stirbt jetzt halt auch Die hat nur einen Kill bekommen, okay das passt Schade, schade Maximal 7, ja aber wir haben auf jeden Fall noch nicht maximal 7, überall Das geht Dodo Jetzt kommt bestimmt Dodo schon seit 2 Stunden hier Halt die Fresse, Alter, ich kriege, ja dankeschön Nice Nice Okay Bots? Ne So weit ich weiß nicht Wer ist am Fienden? Wuhh Ach, das ist braun Auf meinem Weg Die Goldfury Okay Jetzt Jetzt Was ist das? Papa ist mir es lag doch keine beats mehr die müssen aufs haben soweit ich so weit ich diese information stunde so ist der ja wie war das essen vielleicht war es ja gut des veganes ich bin auf dem weg ok alle tot gold 3 ich hasse dieses voicemail von dem ja 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 dort du hast eine salat bestellt wolltest du nicht einfach mal ausprobieren wenn du schon dauerst Bro we just got gold and killed half the team, chill in solo Okay, die haben kein Healing, easy Was heult der Achilles, Digga? Was ist mit dem? Ich weiß nicht Vielleicht meint er die Gegner Keine Ahnung auf jeden Fall, wie wir ihn auseinander Ja, wollte ich mal sagen Oh, die ist bei dir? Okay Ihre Ulti ist down Ja Hat sie gebeaten? Ich glaube sie hat direkt geultet Okay Ah, okay, nice Dann kennst du sie ja schon, wir gar nicht wissen alles Ja 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 So, jetzt hältst du mal deine Fresse hier auf der Solo-Land-Kolleg. Servus, Kevin. Willkommen, willkommen. Hey, Kevin, was geht? Ihr könnt den machen. Ja, ja, easy. Wie viel brauche ich für Trance? 2, 6. 6. Alles ist gut, Kevin. Wie geht es dir? Perfekt 2-6, Bruder. Damage, Spike. Und meine Beats. Und sogar noch eine Ward, heute läuft ja richtig. Der Capri hat ihn aus der Dingsulti gezogen. Sehr gut. Zeratotti. Oh Gott, Digga. Ich glaub's ja nicht. Oh, oh, oh. Wenn wir die töten, jawoll. Die überlebt's, glaub ich. Ich nehm den rechten Tower. Ich glaub wir haben keinen Gold bekommen, oder? Ne, ne, die haben bekommen. Okay. Still out is down. Okay. Oh, ich mit 5 Levels übernimmt, muss das... 4. Stabil. Das ist doppelt easy. Äh, ich glaub ich nicht. Okay. Oh, schade. Ich hab, äh, easy, easy... Gebackt, wie ein Idiot. Ah, okay. Lazy-pack. Ich hab, äh, leidig. Ente dir, pass auf. Dings keep linked. Ich bin weggehaltig. Für mich nicht. Ente. Ich bin weggehaltig. Ah Digger, du hast die weggepult von mir. Ja, da hat er das gekauft, da hat er das gekauft. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Nice, Bro. Nice. Feier können wir nicht machen, wir sind zu long. Oh, 15 Holly, ja. Endern wir gleich, Freunde, dankeschön, dankeschön. Ne, ne, ich hab schon geendert. Ah, hast du schon geendert? Jaja. Hör mal auf, hier Lügen zu erzählen, Paul, was ist mit dir? Ah, ich will hier nicht throwen bei Falschheit irgendwie. Digger, wir sind so gefeadet. Ja. Wir turnen einfach auf die, wenn die kommen. Okay. Ich so. Ich so. Ja wobei, komm, ich glaube, das ist nicht gut. Die wollen nicht mal verteidigen. Oh, die wollen weiter pushen, okay. Ist so, Kevin. Der Hund soll einfach nur refreshen. Ist so, refresh doch einfach mal. What the fuck? Ja, lass den Uni machen kurz. Ich versuch mal, ob ich einen snacken kann hier. Drück doch einfach hier fünf. Ich verstehe dein Problem. Was ist eigentlich dein Problem? Ich verstehe es. Ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem. Okay. Okay, der pusht nicht mehr. Uff. Äh, Silla Ulti? Jo. Oh, die sollen nicht so eskalieren. Chill, doch. Bin ich da? Wir müssen jetzt Komponenten, Bruder. Ah, was? Nein, okay. Ratatoska Ulti down. Okay. Ah, das hat dir eine viel gegeben. Scheiße. Warum hab ich für eine Ulti nicht gezündet? Einfach zum Treffen. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Sollen wir nicht links angreifen? Ja, Mann. Da ist auch feierlich. Fall. Da. Oh mein Gott. Der war fast entwischt, der. oder kleine Menge. Macht den Autotaktegen, den Platz. Ja, Mann. Ja, Mann. Lo, meine Welt. Ja, jetzt ging der Beeilung. Du thy Fragestireite. Hhhhh, ja, eine Minute hat's verschárioselt. vom Draperin, das hat einen Gedanken gemacht. Du bist so gut, Alter. Du bist so gut, Alter. Geh einfach. Das kriegen wir auch durch. Hör auf! Digga. Nicht der Personen. Nimm des Beats, Alter. Scheiße, ich hab zu früh aktiviert. Kriegt ihr den noch? Jaja. Okay, weg. oh oh ha kevin Was? Waaah! Du hast schnell eskaliert. Ja ist so Dodo, das lohnt sich fast nie. Eigentlich lohnt sich's niemand. Wenn, dann musst du schon komplett eskalieren damit es sich lohnt das Geld zu bezahlen. Die Schots feiert, ist so. Ich push Mitte. Ja. Ich hab keine Worte. Ich kann da nicht rein. Ja, Cthul muss rein. Die müssen zu zweit rein, Alter. Sonst geht das nicht. Ja, keine Minions. Ja. 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 Ok. Die mettre running down. Auriemens Scylla lebt noch. Das wäre zu dangerous. Nice. Ich glaube jetzt können wir auf treiben. Oh, zu spät geholtert. Schade. Nice. Because the knee grows. Alter. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch.